Freunde, Teil Nummer 2. Ich hoffe, ihr wartet auf den Teil Nummer 2. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil mir ein Video ausgefallen ist. Sabrina von Flex wollte vorbeikommen. Leider war sie krank, deswegen verschieben wir das Ganze und machen das Video dann später. Und ich zeige euch inzwischen durch noch ein paar Sachen, die ich letztes Mal im letzten Video neue Produkte nicht gezeigt habe, weil die einfach nicht da waren. Und wir fangen mal an. Also ich habe jetzt kleinere Sachen. Also ich habe jetzt nichts irgendwie wegzuräumen, sondern kleinere Sachen eher, aber ganz coole Sachen dabei. Fangen wir mal mit dem Winterthema an. Und zwar haben wir Murska. Die hatten wir schon da in schwarz. Und jetzt haben wir neu die in blau. Das ist jetzt ein bisschen farblich anders gestaltet. Ansonsten ist das genauso geformt, also identisches Produkt. Und hier bei Murska ist anstatt einer Kunststoffklinge, hat Murska hier eine Messingklinge. Jetzt könnte man denken, wenn man jetzt mit einem Metall, also das ist ja Messing, über das Glas schabt, dass das Glas komplett zerkratzt. Aber Messing hat einen niedrigeren Kratzerwert als das Glas. Das Glas hat, meine ich, irgendwas mit 7 nach Moos-Tabelle. Und das hat 6. Also Messing hat 6. Somit zerkratzt eher das Messing an einem Glas als umgekehrt. Also keine Angst. Und dafür aber ist das Messing hier mega scharf. Und ihr könnt damit wirklich super eiskratzen, ohne dass die Scheibe dann auch zerkratzt wird. In zwei Farben. Wer jetzt sagt, schwarz ist mir zu dunkel, kriegt das Ganze in blau. Im letzten Video habe ich ja noch eine Lampenhalterung gezeigt für die PXE. Und bei der PXE bleiben wir auch. Ich habe jetzt hier nochmal ein Tellerlöse-Tool für die PXE. Der sieht folgendermaßen aus. Ich zeige das mal so. Da war nochmal ein Ratespiel bei Instagram. Also deswegen abonniert unseren Instagram-Account. Da könnt ihr nämlich auch Sachen zwischendurch mal gewinnen. Wenn ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Also ein paar Leute haben das gewonnen, kriegen das Ganze kostenlos. Da sollte man erraten, was das ist. Und das hier ist ein Löse-Tool für die PXE-Adapter, die da reinkommen. Also das ist jetzt ein Exzenter-Adapter und jetzt hier oben drauf eine 75mm Teller drauf. Und wenn man das jetzt lösen will, dann muss man das hier mit Fingern festhalten. Manchmal ist das Ganze sehr, sehr schwer zu lösen. Und man muss dann entweder so einen Schlüssel holen oder halt ein Löse-Tool haben. Was natürlich exakt dafür gemacht ist. Und ihr könnt das Ganze hier zack schnell aufdrehen und lösen. So wird die Schraube hier festgehalten. Dann könnt ihr demontieren oder halt umgekehrt montieren. Hier ist das Loch für den Zeigefinger. Und so wird das festgehalten und dann ist das extrem bequem. Und dann könnt ihr, egal was, jetzt 50mm oder zum Beispiel 75mm Teller dran montieren. Und dann ist das alles überhaupt kein Problem. Und das Löse-Tool gibt es in zwei Farben. Einmal in schwarz und einmal in rot. Und das rote Teil ist eine Sonderfarbe. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die behalten oder nicht. Auf jeden Fall werden wir die mitnehmen zum Weihnachtsmarkt. Und wenn die da ausverkauft ist, weiß ich nicht, ob die das nochmal kommt. Auf jeden Fall guckt nochmal nach. Unten ist die Verlinkung. Wenn rot dabei ist und ihr wollt unbedingt rot, dann habt ihr Glück. Wenn nicht, dann Pech vielleicht produzieren wir nochmal in rot welche. So, Löse-Tool für die PXE. Wir bleiben immer noch weiterhin bei der Flex. Bei der PXE habe ich hier diese Lampenhalterung gezeigt, wo man die Light S von der Scan Grip an die PXE dran bauen kann. Und dran stecken kann, sage ich. Da muss man nicht mal dran bauen. Jetzt habe ich das Ganze nochmal gemacht für die große Maschine. Weil viele angefragt haben, ja PXE ist geil, aber was ist denn mit der großen Maschine? Und die große Maschine, das ist die XFE jetzt hier. Das ist jetzt egal, wer hier nimmt. XFE, XCE oder die Rotationsmaschine. Die haben alle hier so eine Schraube, um den Griff festzuschrauben. Diesen U-Griff festzuschrauben. Was keiner macht. Und jetzt habe ich eine Halterung konstruiert. Man kann die hier einfach dran schrauben. Anziehen. Und dann könnt ihr wieder diese Scan Grip Lampe. Das ist die sehr, sehr günstige Scan Grip Kopflampe. Einfach hier dran stecken. Und dann habt ihr auch Licht an der großen Maschine. Einmal anmachen. So, und dann habt ihr die Beleuchtung an der großen Maschine. Manche haben vielleicht gesehen, Konstruktionen, die hier aus Metall gemacht wurden, die sind aber in der Regel sehr, sehr teuer. Also man montiert dann hier so einen Griff, der ist sehr klobig und kostet wirklich sehr viel Geld. Und das hier ist eine Lösung, ihr müsst euch jetzt mal festhalten, das hier ist die Lösung, die Halterung liegt bei 6 Euro brutto. 5,95. Müsst ihr nochmal gucken. Und die Lampe von Scan Grip, die kostet 15 Euro oder 16 Euro. Ihr habt also wirklich hier für einen Zwanni eine Lösung fürs Licht, für die große Maschine. Und das funktioniert wunderbar. Ich stecke die mal eben rein. Das vibriert natürlich ein bisschen mehr als an der PXE, aber das macht nichts. Das alles ist okay. Das Licht ist ja, fliegt ja mit Lichtgeschwindigkeit. Da habt ihr also keine Verzerrung oder sowas auf der Oberfläche. Und man könnte ja meinen, man kann ja vielleicht in die Maschine irgendwas einbauen, dass Flex hier vielleicht irgendwie so eine Lichtleiste einbaut. Das wird aber nicht funktionieren, weil wir den Winkel benötigen. Um das Licht zu sehen, muss ich hier einen Winkel haben. Wenn das jetzt hier leuchtet, dann wird der Winkel hier von hier nur sichtbar. Und das bringt dann gar nichts. Deswegen ist diese Haltung halt notwendig. Und man kann es, wenn ich jetzt, ich mache das zum Beispiel so, dass ich jetzt die linke Hand vorne habe und die rechte Hand die Maschine halte, weil ich ein Rechtshänder bin. Aber wenn ich jetzt ein Linkshänder wäre, dann könnte ich die ganz einfach ummontieren. Dann ist das Ganze, muss umgesteckt werden, aber muss man die Lampe umstecken und dann hätten wir das Licht auf der linken Seite. Dann könnte ich als Linkshänder zum Beispiel so polieren und ich würde das Licht hier auf der linken Seite haben. Also alles kein Problem. Beide Seiten montierbar. Wie gesagt, auch für Rotations-Poliermaschinen alles möglich und unter 6 Euro. Das ist schon natürlich ein Hammerpreis. Wenn man es allerdings an der linken Seite montiert, dann ist das APS-Logo unten. Man sieht es halt nur in der Spiegelung und nicht so von oben wie auf der rechten Seite. Aber es gibt Schlimmeres. Und eine Sache noch zu den Scan-Grip-Lampen. Jetzt ist natürlich ein Run wegen der Halterung auf die Lampen und die Lampen sind natürlich ausverkauft. Wir haben es schon vorbestellt, aber das wird das mal irgendwann mal im Januar eintrudeln, diese kleinen Lämpchen. Deswegen ist natürlich die Halterung ohne Lampe nicht nutzbar. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Oder ihr wart auf dem Weihnachtsmarkt, habt euch mal was vor Ort gekauft. Und wenn noch was überbleibt, dann wenn das Video hier kommt und ihr wollt es unbedingt haben, dann bestellt ihr sofort. Weil wenn die ausverkauft sind, die nächsten kommen im Januar. Und wie es scheint, hält die Lampe oben auch nicht mehr so lange durch. So, wer also haben will und es ist noch zu haben, wenn das Video rauskommt, unbedingt bestellen, denn sonst bis Januar warten. Dann habe ich für euch eine Halterung, weiterhin eine Halterung Kunststoff-APS für die verschiedenen Pinseln. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt in den neuen Videos gezeigt habe, die Halterung. Deswegen zeige ich sie nochmal kurz, damit das auch alle mitbekommen. Das ist eine Halterung für mehrere Pinseln. Die könnt ihr befestigen an der Wand. Hier sind Abdeckungen. Die könnt ihr dann abmachen und dann dadurch halt Schrauben durchjagen. Dann habt ihr das Ganze an der Wand. Zum Beispiel eine Holzwand, Betonwand und so. Und hinten sind noch Gummipinseln drin. Und damit kann man die Halterung an der Euro-Lochwand befestigen. Mit einem Klick quasi. Insgesamt kann die Halterung neun Pinseln aufnehmen. Das hängt natürlich von der Größe ab, von den Pinseln, wie groß der Kopf ist. Weil wenn der Kopf etwas größer ist, dann kommt natürlich hier kein Pinsel mehr rein. Aber das muss man sich dann selbst zusammenstellen. Und da passen auch selbstverständlich auch die Workstuff-Pinseln, APS-Pinseln rein. Und da müsst ihr mal gucken, die Durchmesser von den Löchern und dann bei euch die Pinsel nachschauen, ob die da durchpassen. Auf jeden Fall eine schöne 9er-Pinselhalterung für die Lochwand. Dann haben wir noch Detail Guards. Das haben wir ein bisschen erweitert. Jetzt haben wir so schwarze Halterungen mit grünen Rollen. Das ist ein Schlauch, ja wie soll man das denn nennen? Schlauch-Abrollsystem von Detail Guards. Die kommen aus Kanada. Und diese Teile werden unter die Reifen gesteckt. Und wenn ihr dann das Auto wascht, dann könnt ihr den Schlauch ziehen und der Schlauch wird hier an den Rollen ganz normal weiter durchgezogen, ohne dass es unter dem Reifen stecken bleibt. Das nervt nämlich abartig, wenn ihr am Waschen seid. Und ja, damit wird es halt vermieden. Das ist ja immer so weit ein Doppelpack und die gibt es in verschiedenen Farben. Hier sind die so, also komplett schwarz und mit grünen Rollen und dann gibt es das noch in blau. Da müsst ihr noch mal gucken. Ich verlinke euch die beiden Sachen. Und da könnt ihr noch mal gucken, welche Farbe besser zu euch passt. Finde ich ganz cool vom Design. Patentpending steht hier. Das ist auch patentierte Geschichte. Und kommt aus, wie gesagt, aus Kanada. Schöne Lösung. Muss ich sagen. Ich habe auch den Schlauch immer durchgezogen, habe ich immer abgenervt. Aber mir ist nie irgendwie eine Lösung eingefallen dafür. Und das finde ich richtig geil gemacht. Richtig schöne Sache. Einfach zack unter den Reifen und fertig. Dann kommen wir zur Arbeitssicherheit. Wir haben da ein bisschen was gemacht. Und zwar haben wir jetzt eine eigene APS-Arbeitsbrille. Schutzbrille. Ihr könnt hier sowohl mit einer normalen Brille tragen, wie auch ohne. Und ihr könnt hier die Bügel an euren Kopf anpassen. Ein bisschen nach hinten nach vorne schieben. Also hier mit einem ganz kleinen Kopf. Die laufen dann so rum. Und die einen größeren Schädel haben, so wie ich. Die laufen dann halt voller Korn nach hinten. Und ihr habt hier ein APS-Logo von beiden Seiten. Und dann habt ihr hier Polycarbonat, was euch die Augen schützt. Und wenn ihr mit Chemie arbeitet, rumsprüht, dann kann es sein, dass irgendwelche Tröpfchen ins Auge fliegen. Und dann kann das böse Folgen haben. Deswegen schützt euch. Auch beim Polieren oder auch beim irgendwas machen. Auch beim Handwerksarbeiten und sowas. Dann fliegt das euch ins Auge. Und dann kann das böse Folgen haben. Deswegen schützt eure Augen mit den neuen Schutzbrillen von APS. Mit dabei ist auch so ein kleines Mikrofasertuch. Dann könnt ihr die Brille einmal durchputzen. Und dann habt ihr die freie Sicht. Übrigens hier auch an der Seite geschützt. Also wenn ihr dann irgendwas macht. Und seitlich kommt hier auch nichts rein. Deswegen auch nützlich bei einer Brille, die man sowieso schon trägt, so wie ich. Sehr schickes Design, wie ich finde. Jetzt neu. Verlinke ich euch unten auch. Und dann habe ich noch die letzte Sache. Und zwar Steering Wheel Cover. Da hat schon jemand gefragt im Chat, meine ich. Was ist das? Steering Wheel Cover. Sieht aus wie eine Unterhose. Ist es aber nicht. Sondern es ist einfach nur ein Schutz für das Lenkrad. Wenn ihr im Innenraum am Arbeiten seid, habt das Lenkrad schon komplett fertig. Und ihr wollt nicht, dass da irgendwas aufs Lenkrad drauf fliegt, weil da jetzt eine Pflege drauf ist. Oder einfach nur, wenn Leute einsteigen und irgendwas anfassen oder sonst irgendwas machen. Und ihr wollt das Lenkrad abdecken, gibt es so ein weiches Lenkrad Cover. Das ist von innen, wie soll man sagen? Plüschiert. Plüschiert, genau. Das ist von innen, alle gesagt, das ist von innen plüschiert. Das fühlt sich an wie plüsch, also ganz, ganz weich. Also wenn ihr jetzt ein Lenkrad fertig gemacht habt, dann werden da irgendwelche keine Abdrücke, Kratzer oder sonstige Sachen mit dem Lenkrad passieren. Und von außen ist das so abgedeckt, dass da jetzt eh nichts irgendwie drauf liegt. Steering Wheel Cover. Das ist das letzte Produkt, was ich euch zeige heute. Und das nächste Video mit den neuen Sachen, das kommt Dezember. Ich werde mir das Ganze jetzt hier mit Alex auf Termin setzen, sodass wir einmal im Monat mal über neue Sachen gehen und ich euch die neuen Sachen zeige. Weil sonst die Videos sehr, sehr lang, die haben nur beziehungsweise aus zwei Teilen bestehen, weil ich schon länger nichts gemacht habe. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.